Jo, hallo und willkommen wieder zu einem kleinen Real Talk hier auf meinem Kanal Inkev. Ja, es wird mal wieder Zeit, ein bisschen mit euch zu kommunizieren, zu interagieren. Und heute möchte ich mal auf eure Fragen eingehen, die ihr mir geschrieben habt. Und ich denke, das ein oder andere persönliche, was ihr vielleicht noch nicht so kennt, wird auch in diesem Video klar werden. Deswegen, ihr könnt euch jetzt entspannen, ein bisschen chillen und währenddessen vielleicht zuhören. Oder ihr zockt einfach nur unter. Ich habe das auch immer gerne gemacht, nebenbei zu zocken, währenddessen ich irgendwelche Real Talks angeguckt habe. Okay, fangen wir an mit der ersten Frage. Die Fragen kamen übrigens über Instagram rein. Das heißt, wenn ihr mir Fragen stellen wollt für ein neues FAQ oder sowas, dann könnt ihr mir einfach auf Instagram folgen. Dort heiße ich EchterAlphaKevin, ist dann auch nochmal, glaube ich, unten verlinkt. Okay, also Nasser schreibt mir, seit wann machst du so richtig YouTube? Also so richtig YouTube, also ich habe das erste Mal angefangen, YouTube-Video hochzuladen. Das war vielleicht 2013 oder 2014, weil da habe ich damals gezockt, habe wirklich eine Gameplay-Aufnahme genommen. Und diese Gameplay-Aufnahme, die war sowas von schlecht. Ich habe es trotzdem hochgeladen. Ich hatte damit auch nie wirklich Reichweite bekommen. Letztendlich, das war auch ein Spiel, damit kannst du keine Reichweite bekommen. Das hieß AVR Aliens of Valiant Arms. Das war ein Spiel, es haben kaum Leute gespielt. Dann das nächste. Ab welchem Zeitpunkt würdest du YouTube kündigen und YouTube hauptberuflich machen? Ich würde das erst ab dem Zeitpunkt machen, wenn ich wirklich sicher bin, dass ich damit auf Dauer über die Runden komme. Ja, aber gut über die Runden komme. Also wenn ich das schon mache, dann sollte es sich auch lohnen. Und dementsprechend werde ich weiter halt auch noch arbeiten gehen. Also ganz normal. Und ja, es zeigt sich ja dann, ob das dann irgendwann mal gut funktioniert oder nicht. Aber ich würde das erst wirklich dann machen, wenn ich wirklich abgesichert bin. Ich bin jetzt nicht so, dass ich direkt mit der Arbeit aufhören möchte, um dann nur noch YouTube zu machen. Also ich hätte Bock drauf, gar keine Frage, weil ich meine, das ist ja mein Hobby, ist mein Traum, würde ich schon sagen. Aber es ist zu riskant, sage ich mal. Ich weiß, wie YouTube tickt. Ich weiß, dass es sehr schnell sein kann, dass man seinen YouTube-Kanal verliert. Und dementsprechend bin ich auf der sicheren Seite oder ich fühle mich dann auch sicherer, wenn ich arbeiten gehe. Und ich wollte ja anfangs eigentlich nach meiner Ausbildung YouTube hauptberuflich machen. Das Ding ist aber, ich hatte schon im März, sage ich mal, Existenzängste, weil ich da schon gemerkt habe, dass es mit YouTube zum Beispiel so schlecht lief. Ich habe da nicht mal Geld ausgezahlt bekommen. Du bekommst das Geld ausgezahlt, wenn du über 75 Euro im Monat kommst. Ich habe nicht mal 75 Euro im Monat geschafft. Das bedeutet, mit YouTube lief es da gar nicht. Mit Twitch lief es so halb, aber auch nicht gut. Also ich hätte davon nicht wirklich leben können. Und ja, dementsprechend weiß ich, wie riskant das Ganze ist. Und ich werde auch weiterhin arbeiten gehen, das definitiv. Aber wenn es sich halt wirklich sehr gut lohnt und ich merke, es geht über eine lange Zeit so, dann, warum soll ich das dann nicht in Anspruch nehmen? Wie kam es dazu, dass du Meinungsblogger geworden bist? Also ich habe damals viele KuchenTV-Videos angeguckt und ich fand es ganz cool. Ich habe auch Mimi angeschaut. Und eigentlich fand ich immer solche Meinungsvideos echt mega interessant, weil du hattest eigentlich immer Content. Du wusstest, was du machen kannst. Und vor allem fand ich es auch immer interessant, die Meinung von anderen zu hören. Und dann dachte ich mir so, warum probierst du es nicht mal? Und ja, letztendlich hat es ja ganz einfach angefangen. Ich habe ein paar Gameplays in den Hintergrund gesetzt, habe so ein bisschen meine Meinung erzählt, habe ein paar Bilder eingeblendet und das war es. Und ja, dann hat sich das Ganze so entwickelt, wie es heute ist. Und ich fand es schon immer interessant, das Ganze mit Unterhaltung zu paaren. Und es hat eigentlich gut funktioniert. Also jetzt momentan bin ich auf einem ganz guten Weg. Ich sage mal so, vom Stil ist es ein bisschen ähnlich wie bei ABK vielleicht, der auch ab und zu mal solche Einplannungen reinnimmt. Ich versuche das aber natürlich so auf meine Art und Weise rüberzubringen und ich denke, das funktioniert momentan ganz gut. Hier schreibt jemand, wie viel verdienst du mit dem Kanal Alpha, Kevin? Also ich verdiene jetzt derzeit besser als sonst irgendwann dieses Jahr. Ich habe dieses Jahr sind immer nur so 100 Euro vielleicht im Monat bekommen oder 200 Euro, wenn es mal gut lief. Und verdiene ich jetzt natürlich ein bisschen besser, weil mein Kanal gerade besser läuft. Aber ich werde jetzt nicht auf Zahlen genau eingehen, weil, keine Ahnung. Also ich bin da eigentlich schon relativ transparent. Ich habe euch das schon öfter mal gezeigt. Aber irgendwie, ich möchte, dass die Zahlen einfach in den Hintergrund rücken, weil ich finde immer nur darüber zu reden, ist dann halt auch irgendwann langweilig. Und auch wenn es euch natürlich interessiert, ihr müsst ja nicht alles mitbekommen, was da so hinter den Kulissen ist. Also ich verdiene nicht viel. Ich verdiene auch nicht so viel mit YouTube, um davon auch nur ansatzweise zu leben. Aber es ist definitiv besser, als es sonst war. Weiter geht's. Würdest du Da Vinci opfern, um Feiergurten aus dem Totenreich zurückzuholen? Nein, keine Ahnung. Ich opfer hier generell niemanden. Also keine Ahnung, was ist da so eine Frage. Beschäftigst du dich viel mit Social Media, abgesehen von... Warte, jetzt muss ich mal ganz kurz weiter gucken. Das war vom Ivo. Abgesehen von YouTube. Mit Social Media... Also ich bin eigentlich fast nur auf Social Media aktiv wegen YouTube. Also entweder bin ich auf YouTube, auf Instagram, auf meinem Instagram-Profil mit echter Alpha Cam oder auf Twitter oder so. Aber ansonsten bin ich mit meinem privaten Account fast nie am Start. Das bedeutet, das hat immer was mit YouTube zu tun. Und ich bin da relativ viel drauf. Aber mittlerweile, jetzt so gerade die letzte Woche, war ich fast gar nicht mehr drauf. Also ich habe selten Instagram so richtig abgecheckt. Ich habe mit ein paar Leuten geschrieben, aber das wird dann auch irgendwann zu viel. Und ich bin auf Discord, bin ich relativ aktiv. Aber ansonsten, mittlerweile ist das nicht mehr so krass. Also seitdem ich die 100.000 Abonnenten habe, seitdem bin ich nicht mehr so aktiv auf Social Media. Beziehungsweise ich bin schon aktiv, aber ich gucke da nicht mehr so oft rein. Also mich interessiert es nicht mehr so krass. Wie fühlt es sich an, 100k zu haben? Eigentlich genauso wie vorher. Also es fühlt sich genauso an wie mit 80.000, wie mit 90.000. Jetzt steht da halt 100.000. Also es ist natürlich cool und es macht auch Spaß. Die Zahl sieht gut aus, 100.000 auf dem Kanal zu haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sich so vom Feeling her richtig krass fühlt. Ja, also es ist eigentlich wie vorher. Aber natürlich, als man die 100.000 Abonnenten dann geknackt hat, dann, das sah schon geil aus. Da habe ich mir selber auch so gedacht, Alter, ich habe jetzt 100.000 Abonnenten. Ja, ich habe jetzt einfach 100.000 Abonnenten zu krass. Ich selber hätte es ja auch nie gedacht, dass ich das schaffe. Und dass wir es so schnell geschafft haben, ist halt echt mega heftig. Auch, dass die Videos derzeit so krass ankommen. Ich meine jetzt momentan pro Video um die 20.000 Klicks bis 30.000 oder 40.000 Klicks. Ist eine Marke, ja. Ist eine Marke für meinen Kanal. Ist super. Ich habe das letzte Mal auf dem Realtalk hier. Ich nehme das Video gerade eben hier am 17.11. auf. Ich hatte auf das Realtalk Video hier mit Danke an Buchi und so, hatte ich einfach über 7.000 Klicks auf Inkev. Also, what the fuck einfach. Über 7.000 Klicks. Warte, zur jetzigen Zeit, wo ich das jetzt hier angucke, hat das einfach 8.000 auf. Das ist dann noch heftiger. Okay. Also, zu krass, wie ihr auch hier am Start seid. Nico schreibt, wie viel ist dein Streaming Room wert? Habe ich jetzt noch nicht nachgerechnet. Aber wenn ich jetzt mal so alles mit reinnehme, mit Kameras, mit Laptop, mit PC und so weiter, mit Bildschirm, würde ich schon sagen, und mit dem Tisch stecken locker 7.000 Euro mittlerweile drin. Kann auch ein bisschen mehr sein oder weniger sein. Ich habe es jetzt noch nicht ausgerechnet. Aber es kann definitiv sein. Aber das liegt halt auch daran, ich habe mir alles nach und nach aufgebaut. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir jetzt alles neu gekauft habe und dann ist das, dann habe ich es 7.000 Euro ausgegeben. Ne, es war natürlich nach und nach eine Anschaffung, wie zum Beispiel die Playstation habe ich vor zwei Jahren gekauft. Die Lichter habe ich vor einem Jahr gekauft. Die Bildschirme habe ich vor zwei Jahren gekauft. Also das sind natürlich Sachen, die habe ich schon vor Jahren gekauft. Aber wenn man jetzt mal den ganzen Wert so zusammennimmt, würde ich schon sagen, dass man da bestimmt auf 7.000, 8.000 Euro kommt. Wie alt warst du, als du das erste Mal YouTube-Videos gemacht hast? Ich müsste 14 Jahre alt gewesen sein, circa. 14 bis 15 Jahre alt. Ich habe damals übrigens sehr, sehr gerne WhiteHitty geschaut. Das waren damals so meine Lieblings-YouTuber. WhiteHitty, absolut. Das war noch eine krasse Zeit. Mittlerweile schaue ich eher weniger YouTube, was das angeht. So, könntest du dir vorstellen, nur von YouTube zu leben? Also nur, also jetzt, wenn wir jetzt wirklich nur von YouTube ausgehen. Ich könnte es mir zwar vorstellen, aber ich weiß nicht, wie das gehen soll, weil dafür diene ich einfach viel zu wenig. Also wenn dann YouTube und Twitch gepaart, kann ich mir definitiv vorstellen. Man muss natürlich definitiv ein bisschen Selbstdisziplin haben, sich dann auch mal jeden Tag heranzusetzen und ordentlich was zu machen. Aber ich hätte auf jeden Fall Bock. Ja, ich hätte auf jeden Fall richtig Bock. Das Ding ist, wie gesagt, ich arbeite. Ich hänge auch an der Arbeit, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn ich da teilweise, ich arbeite momentan immer so vier bis sechs Stunden am Tag. Und ich hänge da auch dran, weil ich merke auch bei der Arbeit, dass es was Gutes ist, was ich mache. Und bei YouTube ist es halt Unterhaltung. Also das eine ist Erziehung. Und da helfe ich Familien, ich helfe Kindern. Da merkst du halt auch, das ist wirklich was Wichtiges. Und das andere ist YouTube. Das ist das, was mir halt, das ist halt meine Leidenschaft. Deswegen ist es immer schwierig, dann von diesem Beruf sich eventuell zu trennen, weil man YouTube hauptberuflich machen möchte. Aber es ist natürlich auch zum Teil sinnvoll, YouTube eventuell irgendwann mal hauptberuflich zu machen, wenn man da halt die Zeit investieren will. Weil der Zeit ist mein Stresspegel von YouTube hier oben, weil ich jeden Tag mich heranzusetzen muss, recherchieren muss, ein Video schneiden muss, dann noch streamen. Und momentan, da geht so viel Zeit drauf. Da habe ich nur am Wochenende Zeit, dass ich mit meiner Freundin da was unternehmen kann. Weil unter der Woche ist momentan ein bisschen schwierig. Wir probieren, so gut wie es geht, jede freie Minute dafür zu nutzen, dass wir mal spazieren gehen oder dass wir einkaufen gehen und so weiter. Dass das noch alles drankommt oder dass wir auch mal einen Filmabend machen. Was kommt nach dem Tod? Schreibt Mikromas. Also ich bin christlich. Ich bin jetzt nicht so ein Hardcore-Christ oder so, aber ich denke schon, dass es was nach dem Tod gibt. Wie groß bist du? Schreibt TheRealWinter. Ich bin 1,83 Meter oder 1,84 Meter. So um die Drehe. Zockst du eigentlich? Schreibt mir King. Ich zock fast gar nicht. Also wirklich fast 0. 0,0. Also ich habe jetzt so ein bis zwei Wochen kein FIFA mehr gezockt. Davor habe ich immer mal so ein, zwei Mal FIFA gezockt am Tag, aber eher selten und wenn dann immer nur so ein Spiel. Und mittlerweile, ich habe 2014, 2015, habe ich übel gesuchtet. Ja, da habe ich richtig krass gezockt. Ich glaube, es war, ich habe nach der Schule angefangen zu zocken. Dann hatte ich Fußball und dann habe ich danach weitergezockt. Also das ging auch bis in die Nacht rein. Das war echt eine ganz wilde Zeit. Auf jeden Fall nicht gesund. Und ich bin auch froh, dass ich weg bin vom Zocken. Obwohl, das waren auch Zeiten, die haben mir Spaß gemacht. Aber du vernachlässigst halt alles. Und deswegen, Leute, fangt gar nicht an, großartig irgendwelche Spiele zu spielen. So, mir schreibt, Wenn ich black, würdest du entweder eine Vogelspinne essen oder einen Döner aus Rattenfleisch? Na, wenn mir jetzt niemand sagt, dass der Döner aus Rattenfleisch ist, dann esse ich einen Döner aus Rattenfleisch. Also mich interessiert es ja nicht, was es für ein Tier ist, wenn ich es selber nicht weiter mitbekomme. Wie halt ist deine Alpha-Katze? Meine Katze ist so sechs Monate circa. Ja, mittlerweile müssen es sechs Monate sein. Die ist schon mittlerweile relativ groß, aber immer noch natürlich verspielt und hyperaktiv. Lustige Story, habe ich schon mal auf Instagram erzählt. Die ist von unserer Terrasse gesprungen. Auf die Straße, aus Versehen. Ja, das geht so sechs, sieben Meter geht das runter. Also es ist schon sehr, sehr hoch bei uns. Und ja, die ist halt bei der Kälte, wollte die auf so einer Mauer lang spazieren. Ja, und dann ist sie so gesprungen. Und dann ist sie weggerutscht, weil es waren gerade mal vier Grad draußen. Ich habe gerade die Wäsche aufgehangen, deswegen komplett los, dass die Katze das gemacht hat. Und ja, die ist während des Sprungs, wollte die sich halt festhalten. Das Problem ist, da war Blech drauf auf dieser Mauer oben. Und dann konnte sie sich nicht mehr halten, weil die ist weggerutscht. Ja, und dann ist sie abgestürzt. Und ich glaube, seitdem geht sie auch nicht mehr auf die Mauer. Zumindest hat sie es nicht nochmal probiert. Wie alt bist du? Ich bin 21 Jahre alt. Ich wäre im Februar 22 Jahre alt. Boah, ich gehe echt auf die 30 zu, ne? Wie heftig ist das bitte? So, und die letzte Frage kommt von Chucky. Der schreibt, wird es auf Incaft in Zukunft weiterhin nur Stream-Highlights und Realtalks geben? Ja, also ich denke, dass sich das jetzt nicht großartig ändern wird. Eigentlich habe ich den Kanal ja dafür gemacht, um Realtalks hochzuladen, um euch nochmal zu informieren oder den Kanal auch als Backup zu nehmen. Das heißt, wenn jetzt irgendwas mit meinem Hauptkanal passiert, bin ich noch hier am Start auf Incaft. Aber, ja, daran wird sich jetzt erstmal nichts ändern. Es funktioniert ja momentan super und es läuft auch richtig gut hier auf meinem Kanal. Ich merke schon so richtig, wie heftig ihr am Start seid. Alter, ich muss jetzt auch mal sagen, die Bewertungen auf dem Kanal sind auch so geisteskrank. Also das haben manche nicht mal auf ihrem Hauptkanal solche Bewertungen. Also von der Aufrufzahl und der Like-Zahl, ja? Also die Prozente sind sowas von heftig. Ich habe zum Beispiel bei diesem Danke an Buchi, Hashtag und Umut Abi, ne? Das Video hat 8000 Aufrufe und 1379 Likes. Und 8 Dislikes gerade mal. Das ist einfach nur absolut gestört, wie das so läuft. Und ich freue mich da auch riesig, dass die Resonanz so groß ist. Und ich freue mich auch riesig über das Feedback, ja? Auch in den Kommentaren seid ihr am Start und schreibt dort rein. Das ist eine absolut geile Angelegenheit. Dementsprechend macht mir das ja auch Spaß auf Incaft. Ich haue hier gerne Realtalks raus. Und wenn ihr irgendwelche Themen habt, wozu ich einen Realtalk machen kann, schreibt das gerne in die Kommentare. Das hilft mir immer sehr, weil ich mir so denke, ja, kann ich die ein oder andere Minute dann nochmal in Incaft rein investieren. Und deswegen wäre das ganz cool, wenn ihr mir damit behilflich seid. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Fragen-Antworten-Video gefallen. So ein kleiner Realtalk am Rande, so ein bisschen was über mich erfahren. Und ja, wie gesagt, schreibt mir gerne Fragen rein oder gebt mir gerne Feedback. Und in diesem Sinne bedanke ich mich beim Zuhören. Und wie ist es so schön? Ich denke schon an das Wänkchen. Euer Alpha Kevin. Und ciao.